ARD Text im Auftrag von funk Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu Game One, der einzigen Sendung, die in diesem hübschen Studio produziert wird. Die Themen. Entschuldigung bitte, Minecraft, wir haben es einfach verpennt. Es war wirklich keine böse Absicht, da waren nur so viele andere hübschere Spiele. Aber wir machen es auch echt wieder gut, versprochen. Wir präsentieren mit schlechtem Gewissen eines der spannendsten, aber auch seltsamsten Spiele, Minecraft. Schon 2009 hat der schwedische Programmierer Markus Persson sein kleines kreatives Indie-Game der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Aufgrund des großen Erfolgs der kostenlosen Classic-Version kam bald eine 15 Dollar teure Minecraft-Beta-Version. Und die hat sich mittlerweile über eine Million Mal verkauft. Alle kennen es, alle finden es super und wir schauen jetzt, warum. Da ist es soweit, wir spielen zum allerersten Mal Minecraft, was traurig ist. Aber warum ist das traurig? Wirklich spannend sieht es ja nicht aus. Es basiert alles auf Pixeln. Das ist toll. Auf Blöcken sozusagen. Und weiter? Und diese Blöcke kann man tatsächlich einfach mit linker Maustaste abbauen und damit holt ihr euch eigene Ressourcen. Die könnt ihr wiederum an einer anderen Stelle aufbauen, ausbauen, so wie ihr es halt möchtet. Also, du könntest hier jetzt aus der Erde ein Haus bauen. Zum Beispiel. Oder eine Tür. Aha, langsam wird es interessant. So und jetzt, Simon, was sollen wir bauen? Oh man, wir haben 26 braune Blöcke und 22 graue. Das sieht so ein bisschen aus wie unser Game-One-Studio von der Farbwahl her. Machen wir. Was soll das jetzt sein vom Studio her? Ich gucke mal. Eine Wand. Was man neben einem umgefallenen Tee aus Erde noch alles bauen kann, sieht man, wenn man sich auf die unzähligen Multiplayer-Server begibt. Hier treffen sich kreative Leute, um gemeinsam fantasievolle Städte mit eigenen Strukturen, Regeln und Wirtschaftssystemen zu erschaffen. Das heißt, ein Fan des Spiels muss einen Server aufmachen und da befindet sich die Welt. Oder man nimmt halt die Server, die schon da sind, die auch natürlich von Leuten geführt werden und wir gehen auf superlevel.de. Ja. Okay. Also, man muss sich das wirklich so vorstellen. Wenn jemand einen eigenen Server aufbaut und den in Multiplayer eingibt, dann kann jeder da drauf und richtig Ärger machen. Da merkt man erst, wie scheiße die Gesellschaft eigentlich ist. Zum Glück gibt's Möglichkeiten, seine eigene Welt vor Kaputtmachern zu schützen. Okay. Pass auf. Aaaaah! Geht nicht, was? Wir graben uns durch. Ihr seid verdammte Fabu von Superlevel. Der hat an alles gedacht. Jetzt werde ich sauer. Hey. Wir haben quasi mit der Schaufel einmal am Spiel Minecraft gekratzt und haben es aber noch lange nicht abgebaut und haben noch nicht mal ansatzweise kapiert, was man da alles mitmachen kann. Dieses Spiel ist wirklich, wirklich tiefgründig. Der Erfolg von Minecraft fußt auf dem ebenso simplen wie flexiblen Spielprinzip. Man rafft sofort, wie es geht und wird so motiviert, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Beispiele für die unendlichen Möglichkeiten liefert die Community selbst. Hier ein psychedelischer Freefall-Turm, da eine Wand mit wunderschönen Pixel-Art-Gemälden. Andere bauen den Terminator, die Titanic eine funktionierende Recheneinheit oder noch viel krassere Sachen. Wir haben schon viele Kreativspiele gesehen, aber Minecraft ist eines der vielseitigsten. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Diese saudineterали ihr heute mit in der Näheibigung von ofнач estão. Man wo sie wieder nach unten sind und finden Enkelkündig der Wahrheit etwa besser. Man rekommend, den